ich heiße sie ganz herzlich willkommen zu einer kurzen marktanalyse wenn ungleichgewicht am markt entstehen dann gibt es auch wieder interessante trading ideen schauen wir mal auf die charts risikonweise gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds das mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir fangen mit der öl-sorte wti an wir sind im tageschart es ist ein ungleichgewicht entstanden durch diesen starken rückgang und hier ist das letzte hoch dadurch entsteht diese zone der markt läuft wieder rein und hier könnten wir jetzt erwarten dass der markt wieder abverkauft wird das erste logische kursziel das letzte wichtige tief bei 75 dollar oder der markt läuft einfach durch über 79 dollar und 50 cent und dann müssten wir nach ungleichgewichten auf der unterseite schauen wir gehen rüber zum s&p 500 auch der tageschart nach diesem starken anstieg ist hier ein ungleichgewicht entstanden das ist das letzte tief und der markt läuft jetzt hier tiefer in diese zone rein entweder sehen wir eine erholung um das hoch bei 4.024 punkten zu testen und auch zu durchbrechen um eine stärkere erholung einzuleiten oder der markt testet das tief hier unten und durchbricht dieses möglicherweise und dann hätten wir das nächste wichtige ziel bei 3819 punkten der deutsche leitindex steckt in dieser woche auch etwas in schwierigkeiten wir gehen aber nochmal in den tageschart hier gab es ein ungleichgewicht durch den starken rückgang und dadurch ist diese zone entstanden die interessant ist für die verkäufer der markt ist sogar dreimal reingelaufen und dann hat der markt deutlich nachgegeben heute wird das tief bei 15.204 punkten getestet und hier stellt sich jetzt die frage trendbestätigung von dieser struktur durch einen bruch nach unten oder eben der fehlausbruch mit der möglichkeit auf eine erholung wir gehen noch mal rüber zu gold hier gibt es im tageschart beim jüngsten abwärts impuls zwar kein ungleichgewicht aber in dieser woche nähert sich das edelmetall dem wichtigen widerstand bei 1847 dollar an ein bruch nach oben ist notwendig um diese abwärtstrend struktur der vergangenen wochen zu beenden und einen neuen trend einzuleiten solange der bereich nicht durchbrochen wird ist mit erneuten rückschlägen zu rechnen und eine etwas riskantere variante wäre dass der markt nach dem starken anstieg auch in den ursprünglichen bereich zurückkehrt hier ist ein ungleichgewicht entstanden und hier könnten die käufer vielleicht wieder aktiver werden oder vielleicht einen weiteren rückgang verhindern das wäre dann aber der counter trade lasst gerne einen daumen da ansonsten wünsche ich allen viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal